Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns natürlich angucken, wie wir einzelne Services updaten können, ohne sie vorher runterzunehmen vom Netz. Das heißt, hier wird dann erstmal, hier wird quasi während der Service verfügbar ist, wird er trotzdem geupdatet und da kann ich dann irgendwelche Änderungen vornehmen, alles gar kein Problem. Und ja, ist eigentlich gar nicht so komplex. Wir gehen einfach wieder her und sagen sudo docker service und jetzt gibt es da einen ganz speziellen Befehl, der sich eben update nennt. Update. So, und hier können wir eigentlich schon eingeben, was wir denn machen wollen. Zum Beispiel, wir wollen die Anzahl an Replikas updaten. Also sagen wir hier einfach Replikas und dann zum Beispiel drei. Und, ähm, achso ja, klar, dann müssen wir noch hinten dann angeben, was wir denn eigentlich updaten wollen, sprich myWebApp. Das ist der Service und schon sehen wir, okay, jetzt kam ein dritter dazu und währenddessen sind die anderen beiden komplett immer noch funktionsfähig. Da passiert rein gar nichts. Ähm, und ja, jetzt habe ich quasi meinen letzten Service geupdatet. Jetzt kann ich natürlich auch noch hergehen und kann sagen, ich möchte aber bitte auch, ähm, ein Port zum Beispiel verändern. Das heißt, ich sage hier Publish minus Add. Und anschließend kann ich hier einfach hergehen und sagen, Published ist gleich, so, jetzt der, der veröffentlichte Port zum Beispiel eben dann, ähm, keine Ahnung, 80. Und der Target-Port wird dann auch auf 80 gesetzt zum Beispiel. Okay, so, und jetzt sehen wir hier, okay, der erste Container wird hier geupdatet. Der zweite Container wird geupdatet, nachdem der erste Container auch wirklich voll funktionsfähig ist und dann erst der dritte. Das heißt, es läuft, es wird immer nur ein Container nach dem anderen geupdatet und eure App bleibt so lange auch einfach wirklich vollständig funktionsfähig. Das ist das Tolle daran. Das heißt, ihr könnt hier Dinge tun, die ihr, ähm, ja, für die ihr das, für die ihr die App nicht mal runternehmen müsst von eurem Swarm. So bleibt sie quasi während dem Update auch einfach immer verfügbar, was sehr, sehr angenehm ist, wenn man das Ganze in Produktion laufen lassen kann oder möchte. Genau, und ja, das ist es eigentlich auch schon, ähm, für die vollständige Liste an Dingen, die man hier updaten kann, würde ich euch einfach mal ganz kurz Folgendes vorschlagen. Geht auf diese Webseite, beziehungsweise googelt einfach noch Docker-Service-Update und dort bekommt ihr eine volle Referenz, die euch quasi alles zur Verfügung stellt. Also, welche Argumente man da eben updaten kann, beziehungsweise hier Konfigurationen und so weiter und so fort. Man kann eigentlich alles machen. Man kann wirklich, wirklich alles updaten, auch irgendwelche Mounts oder sowas. Das heißt, man kann auch wirklich sogar das Image hier updaten. Man kann eigentlich alles machen und dadurch wird natürlich dann auch zur Laufzeit einfach komplett was anderes gebildet. Also, man kann wirklich dann zur Laufzeit auch einfach alles verändern, ähm, was sehr, sehr angenehm ist für Leute, die häufiger mal Deployments haben und die aber trotzdem wollen, dass ihre Apps weiterhin verfügbar sind. Gut, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.